Der iranische Präsident Hassan Rouhani wirft Israel die Tötung des Atomwissenschaftlers Mohsen Fahisadeh vor. Die Ermordung des Märtyrers Fahisadeh zeigt die Verzweiflung unserer Feinde und die Tiefe ihres Hasses, sagte Rouhani. Der Wissenschaftler war staatlichen iranischen Medien zufolge am Freitag nach einem Attentat nahe der Hauptstadt Teheran seinen Verletzungen erlegen. Sein Tod könnte in den letzten Wochen der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump den Konflikt zwischen dem Iran und seinen Gegnern verschärfen. Zugleich dürfte das die Bemühungen des zukünftigen Präsidenten Joe Biden um eine Politik der Entspannung erschweren. Fahisadeh stand bei westlichen Staaten und in Israel im Verdacht, der Architekt eines verdeckten Atomwaffenprogramms gewesen zu sein. Dieses wurde nach Darstellung der Regierung in Teheran 2003 eingestellt. Die USA und Israel gehen davon aus, dass der Iran das Programm fortzusetzen versucht.